Panik! Panik! Da unten war was. Nook. Pin! Boah, dieses komische Örtchen hier. Da wird dauernd irgendwelche Sachen passieren. Tja, ständig brennst du irgendwo, ne? Ja. Immer hier. Ja, hört sich fast wie vor der Haustür an. Ah, jetzt fahren sie wieder weg. Was? Was war das jetzt bitte? Kannst du mir erklären, was das war? Nope, keine Ahnung. Also ich renne da oben hin. Ah, das ist einfach der Rückweg nachher. Ja. Ah, super. Kann doch so jeder mit rechnen. Wie kommen wir jetzt schon wieder? Das ist der zweite Zug. Weg von mir. Da. Weg von mir. Oh, danke. Nein! Wo ist das? Wo ist das? Ach, nö. Ist ja total ätzend. Ja, man. Ich glaube, ich wechsle wieder auf Meta Knight. Komme ich wenigstens voran. Ich bin diesem komischen Fettsack. Guck mal, ich habe vor allem einen Bohrer. Ich drehe mich auf meinem Hammer. Ist ja Hammer. Hammer. Und das. Nein! Ey. Ernsthaft. Das ist so ein scheiß Try and Error. Ja. Ja. So, versuchen wir es nochmal. Das sah voll cool aus, wie ich da geflogen bin. Ja. Auch er tut was. Ich habe nicht gesehen, dass du bei mir hinten drauf warst. Toll. Du kannst ja trotzdem was tun. Ne. Ich kann das Eis nicht zerschlagen. Wir gehen jetzt in die Mitte und dann hoch, oder? Oh Gott. Ja, ne. Es war richtig. Nein! Ey, jetzt ernsthaft? Oh, ist das so ätzend einfach. Jedes Mal ein Stück weiter. Und zack und rein. Vielleicht wird sie jetzt was. Wenn sie es mir nichts wird lassen müssen. Nein! Okay. Irgendwie. Neu. Wir haben ja eh beschlossen, keinen 100% Run zu machen. Das ist mies. Jetzt mal ernst. Was denn? Das ist eben. So. Ich finde, was deine Wiederabzieht viel mieser. Ja. Das ist so grafisch, so anspruchsvolles Spiel. Ja. Nein. 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 Ach, komm. Auf geht's. Ich brauche es. Ich brauche... Du bist der Bodyguard. Sorry. Der Bodyguard sollte bei seinem Schützenden sein, damit er überlebt. Ja, ja, Mann. Ich bin halt ein bisschen fett und langsam. Sorry. Du bist ein scheiß Bodyguard, ganz ehrlich. Ja, Meta Knight kann das irgendwie besser, glaube ich. Der fliegt doch nicht, wo es durch die... Was ist das denn jetzt? Gott, der ist einfach so fett und langsam. Das gibt's gar nicht. Wie Bonkers halt. Ich brauche es nicht. Ja, der küss mich. Bodyguard und Dingspulver. Und Diebhaber. Boah, es ist dunkel. Ja, das ist voll ätzend. Ich komme mir hier gerade voll komisch vor, weil das so die Sicht irgendwie so komisch einengt und dann der Fokus auf dem Bildschirm irgendwie so anders ist. So. Fand ich cool, dass du jetzt die Karte gew- Ach, endlich. Was war das jetzt? Ich hab nix gesehen. Ja, es ist... Oh, noch ganz von vorne, schön. Hm. Ich denk's, man kann's nicht fliegen. Ja, aber ich kann sterben. So. Und ich bin ganz bestimmt nicht mehr König DDD jetzt. Das war Absicht. Hm. Gimm die Meta Knight. Am besten ist immer, wenn du solche Sachen mitschleppst. Weil wenn ich sterbe, ist es halt tote als tot. Klar. Dumm. Ach, dumm. Und auf. Achtung. 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 Boah, ich bin so gut. Achtung. Achtung. Ey, ich wiederhole mich. Hab ich den Schlüssel. Hab den Schlüssel. Ich geh zur Tür. Wolltest du einfach einen Waffenschlüssel? Dann verstehe ich, warum du da hingehst. Wo wir das ja gar nicht brauchen. Weil's da unten runter geht und da unten ein Dingsteilchen... Ah, jetzt verstehe ich dich. Das ist total sinnvoll. So. 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 Vielleicht grad die Stadt? Hm. Keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwo eine Atombomb... Uh, wir haben zwei Stück übersehen. Yeah. Hast du irgendwo eine Atombomb eingeschlagen oder so? Bam. Ich muss echt mal rausholen, wo hier eigentlich die Feuerwache ist, weil... Vielleicht ja hinterm Rewe. Scheint ja echt direkt neben mir zu sein. So. 29 Leben. Ähm. Boss. Ja. Irgendwie haben wir trotzdem keine Leben verloren jetzt wirklich. Hm. Boss. Boss. Was ist denn Schneemann? Es ist... Er weiß, was es ist. Ich weiß es nicht. Die Boss Stage. Endlose Eiswaffeln. Oho. Eiswaffeln. Oho. Eiswaffeln. Wollen wir mal ja gucken, was man hier wieder zur Auswahl bekommt. Mal gucken, was hier oben ist. Absolut nichts. Okay, wir hätten Knuckle Joe, wir hätten... Nur Feuer. Ja, Ninja. Hätte ich auch gemacht. Wuuu. Und es ist. Der Yeti. Goriath. Der ist ein Ninja. Was? Stick him with a pointy end. Ich guck es für jeden, der diese Reference kriegt. Ich guck es für jeden, der diese Reference kriegt. Ich guck es nur nicht. Bist sehr geduldig. Ja. Da geht's weiter runter, denke ich mal... Oh Gott, er hat eine Stahlhaut. Eine Stahlhaut, oder? Da, weiter weiter... Oh, ach du, meine Güte. So ein Goku. Meta Knight verabschiedet sich. Der ist echt so ein Goku. Er kann das Kamehameha. Dreifach. Und Meta Knight kommt wieder. Ey, Alter, bleib stehen. Oh, nein. Ich komm hier dran. Was hat der denn für Probleme? Ziemlich großen. Alter, der geht einfach auch gar nicht tot. Meine Güte, das macht der. Das waren seine Hände. Das war mein Schmerz. Der ist tot. Klasse. Wir haben festgestellt, dass da keine Wand war, hm? Stupid. Ha, der ist da. Was? Ich hab grad voll Lust auf diese Kekse. Ich hab nämlich Hunger. Dann machen wir doch einfach jetzt gleich nochmal ne kurze Pause. Jupp. Und dann, äh, würd ich sagen, letzte Welt. Letzte Welt. Vielleicht doch schon bald rum. Ja. Was ist das? 20 vor 4? Ja, 20 vor 4. Das ist ja auch ewig Zeit heute. Ist ja herrlich. Ja. Ja. Ich weiß noch, wie du Panik geschoben hast. Oh, wir kriegen das nie durch. Ja. Ich weiß nicht, dass das Spiel relativ, also dermaßen kurz eigentlich ist. Jo. Und beiß immer noch. Jetzt ist immer noch ein gutes Spiel. Aber ganz ehrlich, ich würde auch nicht noch 4 Stunden weiter das machen wollen. Ja klar. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie sinnvoll es ist, das einfach ein Stück durchzuspielen. Ich glaub, das waren eher die wenigsten Leute. Ja, ein Spiel sollte man eher richtig. Aber gut, ja. Du musst es ja wegziehen, deswegen haben wir diesen Druck. Und du musst es nicht hierher ziehen. So. Er zieht dann bitte dahin, wo es teurer ist. Oh, du bist. Du hast es geschafft, Gabi. Mein Sternenkreuz hat jetzt wieder ein Emblem. Ja, das ist auch so fucking wichtig. Endlich. Dann fehlt nur noch ein einziges Teil. Der Mast. Oh. Vergiss nicht. Genau wie dein Schuss ist, darfst du mit in meine Welt fliegen. Diese Bruchlandung hat mir wirklich einiges an Ärger bereitet. Kacke aber auch. Aber irgendwie war das alles wert. Im Endeffekt hab ich da durch dich getroffen. Verdammte Scheiße nochmal. Mach aber vielen Dank für deine Hilfe. Du bist echt toll. Ich hab Tourette-Syndrom. Kacke, ficken, blöd. Darüber machen keinen Witz. Über ihn schon. So. Ja, ha, 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 ha. Boah, das kann ich eigentlich stecken. Ja, äh, gut. Dann kurze Pause. Ich würde sagen, kurze Pause. Und ich hüpfe wieder mal auf meinen Stern. Ich hab jetzt ein bisschen, äh, die Befürchtung, dass wir danach noch auf seine Welt mitgehen. Also als Finalwelt. Möglich, ja. Das kann gut sein. Aber erstmal kommt, äh. Aber wir spielen halt nicht weiter als da, ne? Ne, genau. Zwei nussigen Nachmittag. Alles klar. Bis gleich. Alles ist lila. Lass mal grad zählen. Äh, 13. 16. 29. 45. 64. 84. Oh. Ja, ähm. Wir würden fast 40 noch in der letzten Stage auftauchen. Ich glaub nicht wirklich dran. Naja. Bis gleich. Philbappels sightseeing ich. 19. 00!!!! chiefskyy. 26 국 Christophies. 25 25 26 Europos.